hallo zämme so meine frau hat vorhin schon gelivestreamt also mache ich das jetzt auch der das magic kingdom name magic kingdom ist woanders hallo wir stehen nicht im magic kingdom sondern im wie heißt das animal kingdom meine frau versucht sich im licht werfen also wir sind im animal kingdom und haben damit jetzt alle vier parks durch guckt mal der ich glaube so halbwegs hier sieht aber nicht wirklich ja wie gesagt wir haben jetzt alle vier parks durch und ich muss sagen doch ist durchaus mit auf einer meiner ich bin ein bisschen sprachlos mit einer der schöneren parks guckt mal dieser tree of life hier und die alice ist total begeistert ich brauche eine bessere kamera wir nutzen heute das letzte wochenende aus bevor es in den ins blockout geht ins weihnachts blockout wir haben hier leider nur den kleinen jahrespass das heißt wir dürfen über weihnachten über spring break und im sommer ein paar wochen hier nicht rein und dieses wochenende ist das letzte wochenende für die silber jahreskartenbesitzer und ich glaube die gold jahreskartenbesitzer auch nur die martin bonsen dürfen noch weiterhin rein ha 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 sieht eh nix. Ich werde mal, ich glaube, ich gehe mal betteln für ein neues Handy und eine neue Kamera. Wer möchte, dass ich eine neue Kamera...